hallo leute wie geht ja es geht weiter mit super mario land 3 also waren 3 heute nicht alleine mit muss die das muss ich erwähnen sonst von der seite dann an und dann wissen sie nicht wer ist das zum teufel und ja dann kommen solche komplikationen ich habe jetzt mein fall im messenger erfahren das ziel von diesem spiel ist war ein haus zu machen also haus zu kaufen später und das wusste ich nicht deswegen habe ich die ganzen schätze einfach ignoriert diesmal werde ich das ganze geld sammeln das einzige was ich jetzt mache das war knapp okay kein kommentar dazu noch mal noch mal ich hasse das ich hasse jetzt schon das level mit dem bauarbeiter wikinger kann er nicht irgendwie spritten oder so warte gleich kommt dieses ja ich muss selbst hey das ist doch der größte beschiss ja komm runter ist klar dass du ihn wieder oben kaputt geht das war knapp ein herz dankeschön münzen für sein schönes haus was er am ende bekommen soll hat ja der messenger mir erzählt ok er kann ja springen als mario das ist eine gute eigenschaft von ihm ja ok muss sie versucht das mal das ist alles was sie müssten muss die anderen techniken es gibt keine hängt davon an welche items du kannst ein flammenwürfe haben wikinger sein und oder hause bist du schneller wikinger kann bolichek länger machen feuerwerfer ist am besten muss die spielt gerade genießt diesen anblick wie er abkackt abkacken tut weh muss die das muss auch langsam lernen abkacken tut weh wenn ihr sehen wenn ihr seht ob das neu überlebt stell rüber irgendwelche müde wenn ich das sehe verdammt ok gekillt das sind kilt jetzt super das ist ein geist getötet ganz was neues nicht getötet ist irgendwie egal kann es durchgehen die ich hab doch gesagt das ist schwer ich hab doch gesagt das ist schwer aber du ich glaube ich habe erst jetzt gerade erfahren dass das ziel ist ein haus zu kommen momentan so wenige münzen und schätze habe ich weniger verdammt wieso braucht er eigentlich ein haus der bastard ach so ja mario hat ihn ja weggejagt soo so ist es also er sucht jetzt ein haus weil der maria weil marion weg gespumpt hat oder weggespringt hat muss dieser kaum was kommentare wieso du spielst ja ich du machst auch kommentare dazu tot ja wie sie wie ihr seht ist es langweilig wie muss ich spielt wie langweilig hast du gott gesehen wie ich gegend habe ja es ist nur ein bisschen richtig aber zum teil auch dass du langweilig bist hehehehe ok weiter muss die musste kommt weiter das ist sehr sehr schön sehr sehr nein das war ein kundes ist das war nicht schön lustig lauf lieber ein was hab ich dir gesagt sie um dein Leben sie um dein Leben es kommen auch ein glücklich sie um dein Leben jetzt zieht sie ok unten gibt's nicht jetzt nach oben jetzt wieder jetzt weiter ich muss jetzt besiegen ich glaube das ist irgendwie stecken geblieben das ist auch unfair das ist auch unfair das hat musste gesagt du hast doch ein leben also das das schaffe ich schon mal nur leben es schaffe ich gucken wir das muss die versuchst du mal du sagst ja du kannst es dann mach es auf ist dem muss die teil jetzt dem muss die morgenstern lud sie vor das ist das klar nein sie sehen was ich weiß wo sind das morgenstern lud sie verheißt ich weiß nicht lud sie vor seinem morgenstern aha das gehört zu fünf fakten von tagging er ist ein morgenstern morgenstern power geist du hast nicht weggeworfen müssen von hinten angreifen dass die einzige möglichkeit oder so ja das sind von hinten angegriffen das trifft dich doch ja er ist einfach zu brennt zu fett meine ich sie unterleben sie gut die teile verfolgen die auch noch das ist feuer das heißt mir erst nicht gefragt nein du hast nicht gefragt warte ja wartet mal stopp f1 ok muss hier jetzt schnell gedrückt und ja nein nein dort sie ist verdorben du hast mein letztes verdorben da mit einem ganzen tode hier sind nein wird es nicht interessanter weil du nichts sagst wird es nichts interessanter sagen sagen so ist dann auch eine schöne kugel ja ja so was dann sagt was ja das kann mal gleich was da früher ziel die baum erleben wenn ihm etwas wert ist okay die hast du mitgenommen da kommt jetzt wieder wo ich werde echt nur die sähe das ist kein scherz ich werde echt müde wenn ich das ja super die nächste hürde lauf ich muss gerade gehen aber ich habe das leise gemacht super weiter 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 das die türen muss die türen das muss absichern macht hoch das hoch ok weiter jetzt halt noch mal oben oben und b jetzt noch mal bin hier ist das abgesichert und jetzt wieder runter jetzt wenn du stirbst kommt immer da wieder raus ok muss die hat es kapiert super jetzt hast du mir jetzt bist du wieder weg wikinger das ist ja da der bau weiter leute wenn ihr merkt dass ich so müde bin das liegt daran nur weil ich hatte dass ich heute schule nein da ist dann ein bisschen schneller damit kannst du in die hyperspeed zu fliegen guck also es liegt nicht an muss dies let's play also dass er spielt ich werde ich bin einfach müde weil ich schule hatte das immer so bei mir ich hätte längst mein mittagsschlaf machen sollen aber habe ich nicht weil ich für euch noch kreuz und alles gezockt habe ich werde heute in die zehn parts hochladen von irgendeinen müsst ihr könnt ihr das angucken wenn ihr wollt eure entscheidung und ich bin müde was über und fliegen du weißt du bist immer nervös über ihn springen hoch jetzt fliegt jetzt fliegt einfach noch geht was ist die erreicht und wie geschafft wir haben nicht auch geschafft jetzt auch geschafft jetzt ganz aussuchen da kannst du nicht rein du musst bei diesem plus munze ja ja geh rein jetzt kannst du ein geld verdoppeln oder ganz auch wieder rausgehen deine entscheidung er muss am ende ja das ganze geld in barers machen und dann ein haus verlieren da wird dann da wird es immer hilft immer verringert rechts noch mal y ja das geld bekommen jetzt einfach wieder rausgehen einfach nach links gehen einfach weiter 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 guck das wird er später gebrochen in sein haus zu kaufen warte mal muss die mama f1 warte okay wir haben fünf minuten und weiter muss die kurs nummer 32 die musik ist schon geil das war ein das war zu peinlich das ist trotzdem peinlich trotzdem peinlich egal 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 na klar na klar na klar na klar meine zuschauer wissen was du vorhattest meine zuschauer wo es arbeiten wissen was du vorhattest und du kannst nichts nieder du kannst dich liegen hab ich tag er sieht das teilt nicht aus ihr hab ich tag ich hab dich jetzt gesehen hatte gleich kommt noch eins her ich hab mich von diesen komischen hässlichen punkten gelernt jetzt springen bis nach vorne auf der kopf springen und weg also ein dicken popo das ist ja du kannst auf der kopf springen aber diese ach wieder auf der kopf also sie sind mit den sperren musste von hinten angreifen nein brauchst nicht muss abwarten jetzt jetzt poli check machen guck jetzt weg kann es darum gehen und gucken was in der kiste ist mein herz okay das ist für leben jetzt einfach weiter die idee haben dann jeder weiter die idee hat er weiter die idee habe er weiter aber weiter da kannst springen der muss an abandon auf leben die würde die ... er lasst mich da versuchen okay ich versuche das jetzt mal musste ja momentan kein bock denke ich ja weil ich mal spaß auch haben will ja was ich jetzt weil ich einfach böse bin ich bin böse ich liebe bin ich böse vielleicht wir haben noch zwei minuten wollte ja kurz erwähnen also ich habe zwei minuten du bist hast alle zeit der welt hier dritte P32 liebte die 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 wohnung jetzt wie signalिherst wie sowas lag 19 lösen die öfобр�ung wurde haben das ist gelagter was in meines gadget sie sind sie angeboren die ja jetzt schaffen seine es geht so gut Prozent Jahr dann muss er wartet das ist kein Glück dass uns geht es muss die die erste ja da ist ja das geht ja was euch dafür ich bin gut das weiß ich danke die 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 auch scheiße ok ähm ja japp japp wartet mal ok eine Minute ähm äh what the fuck ähm hab ich das jetzt geschafft scheint wohl so ok ja na klar ja klar ist klar die 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 uhr ok können nie haben jeder suchen verdammt porque raus 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 keine schaele nie sind drittel die 17 7 ja daraus ich glaube über den limit nein ich muss ja schluss machen tschüss